hallo und herzlich willkommen zu der nächsten aufnahme von battlefield play for free ich bin murat und enrico ist auch dabei und wir spielen auf omen ich habe ja in der letzten folge gesagt dass ich mit der 1185 und der farmers kommen werde und jetzt habe ich sie mir geholt na ich bin und sich mit die farmers hatte ich schon aber jetzt habe ich mir den du geholt und jetzt jetzt geht's richtig ich habe ich habe dies zwar mit dabei weil es schafft stingway präzisionslauf und wüsten tarnung welches scope hast du das normale also überhaupt kein scope drauf überhaupt gar kein zweifel ich finde das am besten damit reddart oder holo finde ich die waffe nicht so gut ich habe gerade ich fahr mit dem boot hinter mir war einer ich habe ihn einfach abgedrängt mit einem anderen boot ich habe ich bin früher mal gegen andere boote gefahren ist immer vorne bis hochgegangen hallo fuck nicht richtig getroffen gehabt damit der sorg nicht treffen kann ich habe die richtig geile camper stelle jetzt werde ich richtig zu level 30 93 er und er macht 90 b wird er meins weil ich sich in range ist wüste oder desert ich habe dich fast gar nicht getroffen sagt nichts zu meiner sorg nein nein die source richtig gut ich brauche das ms45 einfach das das scope ist lebenswichter ich hatte das ms45 desert für meine store da ist die unnormal geil ich hatte ich hatte früher für einen tag bekommen ich hab das so abgefeiert ich hab dir für acht tage gewonnen eine p90 hat mich gekillt mit zwei leben du bist die ganze zeit bei a ne nein doch doch du bist bei a ich hab dich gerade getötet ich finde die 1185 wurde so scheiße runtergepatcht ich finde die geht immer noch gut ab also mit gut abgehen meine ich die ist immer noch op ja nicht mehr so op da ist die ein aber kann es da schon besser ich hab letztes mit der gespielt die macht kommt schon an ich habe auch nicht mehr so ich habe noch mal ich habe auch nicht mehr gekauft ich habe auch nicht mehr ich habe auch nicht mehr ich versuchte mich die ganze Zeit zu kümmern ich steh Drache auf dem Spiel mhm ja Enrico ich seh dich schon kommen ich komm hier nicht hoch lol von Worte hat er mich gekümmt ok ich weiß nicht ob man das früher konnte aber jetzt kann man mit der helfe nach sich nicht mehr Full Auto gehen auf die Entfernung ja früher konnte man das war das früher ziemlich krass scheiß Headglitcher was laberst du da? du nicht? bist du kein Headglitcher? alter 81 so schön verbannt 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 5 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 6 5 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 6 5 6 6 6 6 7 7 9 9 5 5 6 6 6 6 7 8 9 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 11